Es scheint zu sein, dass eine Frauenbank überfallen hat. Ganz auf eine besondere Art. Die hat viel blut in die Bank hineingesäckelt, hat der Revolver nur in den Händen gehabt, mehr nicht, hat der Schalter hinterher gesäckelt, Handy hoch, die Bank überfallen, alles Geld raus, sonst gibt's die Tätung nicht. Und die zwei hinter der Tecke, ja, hast du denkst, sofort reagiert, alles Geld an dieser Tasche nicht geschoben, dieser Tasche auch nicht gestellt mitgegeben. Die haben keinen zum Loch aus, vor die Polizei, auf dem Platz, über alle Ecken um und fort, und keiner hat sie mehr gefunden, als die Polizei natürlich alles, da hat die Zeugen aufgenommen. Wer hätte etwas gesehen, oder was ist etwas Besonderes an dieser Stelle? Und wisst ihr, was das Besondere an der ganzen Geschichte war? Von denen konnte sich keiner das Gesicht merken. Wir sehen uns! Wir sehen uns! Untertitelung des ZDF, 2020